Wer angekommen? Oh, hallo? Ja, ich bin im Arsch. Wollte schon mal so sagen. Ich bin gefressen worden. Ja, und ich fahre hier mit deiner Gurko rum, ey. Die voll im Arsch ist. Ich weiß. Äh, öh, 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 wo bin ich denn hier gelandet? Ein bisschen zipp, ja, okay. Ich kann meinen Wagnis zurückholen. Jetzt aber. Ja. So, Fahrzeugwerder. Jetzt musst du umbunden hier sein, ja gut. Mit Deutsch um 9mm bist du. Was ist hier? Blö, da hat man die Düder da oben, ey. Aua, aua, aua. Höh. Höh. Guckeschön. Guckeschön. Komm zu mir, hier ist ein Safehouse. Hab ich mal schnell gemacht. Komm her, Schlafplatz, übernachten. Das ist aber ein Safehouse. Ein Kilometer von mir entfernt, ja, was bist du denn für den Wurscht? So, sieh ja noch nicht mal was. Das Schlapper. Super, jetzt kann ich auch nicht verpennen gehen, weil du nicht da bist. Ah, ich kann auch mal ein Auto rufen. Ich weiß ja gar nicht wohl, nur um dieses Ziel zu gehen. Ich habe ja viel. Wie soll ich mein Auto wieder am Arsch tun? Na, doch gar nichts. Ja, ich glaube. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich hab das gar nicht. Ich rein. Ich bin gut. entsprechend läuft minimiert. Das ist belle Musik. Ich habe es einfach nichtkämpft. Ich weiß nicht, was ich da. Das ist ein Segel. Das ist so gut, ich weiß nicht. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist gut. Hallo. Oh, was das? Ich bin nicht so gut. Oh, was das? Oh, was das? Oh, was das? ich werde gehauen wie denn im Auto oder was ich fahr grad hier irgendwie quer durch die Wallachai um versucht zu überleben nein du bist jetzt hier ich glaube so ein Hochsitz oh oh my gerade einen abgehängt schon kommt der nächste ja kenne ich boah das ist echt need for speed hier mit Zombies wo 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 wegen dem einen Zombies könnte ich jetzt drauf gehen aber nein 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 meine Fahrerskills ey ha 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 war ich hier im Kreis oder was wo 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 Nacht überstanden ich bin so eine komische Fabrik auch so dann kommen wir mal hier ho 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 hier 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 Oh-oh, da wird immer ganz schnell weg. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Wie ist das denn? Ich habe ein neues Gebiet entdeckt. Was ist das denn? Fasten sind sogar am Arsch. Wir sind dann schon in die Altrufhärter. Du willst es nicht. Ja, das ist der. Keine. Mach ich jetzt noch mal hin. Warte ich jetzt noch mal hin. Hast du noch einen Raum ein? Nee, gut. Cool. Parkiererei. Spur warst du mal hier. Okay. Ich bin direkt in den Eingang von... Oh, hier. Du solltest auch zu dir kommen. Ich hab ne Tankzelle gefunden. Ich hab ne Tankzelle gefunden. Das ist ja sowieso so weit nach oben. Okay. Guck mal, wo er da genau hin ist. Sehr schwer. Als ob. Ist ja jedes Schloss geknackt. Wie kann meine Karrechen da am Arsch sein? Was? Nein, ich bin noch nicht mal weg gefahren. Ich bin gerade von 4 oder 5 Uhr auf der Erde. Und da bekrrasht mit 200 Sachen. Du hast was die ganze. Wir werden mal so weit. Ja, ich hab's schon aufgeregt. Ja, ich hab's schon aufgeregt. Danke kurz. Hallee! Mach die Idee, Mann. Nichts! mhm, naja, irgendwie guck ich Auto fahren immer guck ob ich nicht fahr ok, ein Auto ist nicht schön kreis kreis Was ist das? Was ist das denn? Jetzt kann so ein bisschen die Luftwaffe... Oh, ich sehe hier so eine Pizza... Bankstation Das war's. Ahhhh Was du da hin? Ja, das war's. Das war's, was du? Aua, ich seh dich doch. Für unten. Hast du nichts in Flan gemacht, dann hab ich die Stange geflogen? Ich habe die Stange geflogen. Ich habe die Stange geflogen. Ja. Mein anderer ist kaputt. Mein Getriebe. Was ist bei dir mal nicht drin? Ach nein, ich habe keinen Benzin mehr. Ich jetzt. Hab ich jetzt gar nicht auf den Benzin geachtet. Gott. So, voll. Okay. Wo ist die? So, in der anderen Hälfte. Ich glaube nicht. Jetzt. Oh man, die sind gestorben. Oh man, die sind gestorben. Wo ist das oder? Aber du! Du hast das Licht aufgemacht. Ich hab dich nicht mit denen. Nicht mal der Bremslicht. Ich hab keinem Auto was gehabt. Wirklich? Was denn? Das ist einfach. Aber bei sehr schwer brauch ich höchstens Freistoil. Ah, ok. Normalerweise einfach. Klar kann es setzen. Äh... 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 Die Gelb musst du immer anhalten. Wie die Kette. Weiß. Was? Du hast gleich Probleme bekommen. So. So. Boah. Du musst ja voll den Slalom fahren. Nein. Ich glaube weil ich nicht schnell fahre, verklingt mein Auto. Oaah. Oh. 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 Boah, lass das explodieren! An dem sollte es auch gespürt sein. Nö, das ist ja grob hier echt gut. Ja, das ist ein Träger. Ja, fahr weiter! Ich? Ich habe es gekriegt. Wow. Ich habe es nicht mehr. 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 Ja. Au! Nein. Nein, voll geblieben. Au. Ah, scheiss. Au, mein. Normalerweise muss er umfallen. Aber gut, ich hab mein Auto jetzt erstärkt. Jetzt schmeckert. Aber ich kann kaputt gehen. Warte mal, ich muss mich rein. Das wäre auf der Chart. Ich nicht. Ich glaube, ich will irgendwas drüber gefahren. Ich bin schon weit dran. Mach's doch. Ich muss nachher das mal hinterm gehen. So. Was ist überhaupt hier? Nö, war klar. Wieso halte ich da nicht an, ey? Eine Sache, die Bewohner ist mir. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon.